Der 26-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer von Greuther Fürth zum deutschen Bundesligisten, konnte sich dort, auch aufgrund von einigen Verletzungsproblemen, nicht durchsetzen. Zuli kam nur in fünf Ligaspielen zum Einsatz, viermal wurde er dabei eingewechselt. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis zum Jahr 2020. Die beiden Vereine befinden sich bereits in Verhandlungen. Auch Zuli selbst, der in den letzten Testspielen kaum zum Zug kam, stehe mittlerweile einem Transfer positiv gegenüber. Textquelle Urheberrecht Laola1.at Bundesliga, Matersburg stellt Coach Baumgartner frei zum Seitenanfang. Mehr zum Thema kommt unter Strich Count Kommentare Rechtliche Hinweise, die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola1-Redaktion wieder. Laola1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. Punkt.